so da sind wir etwas gar sich etwas gar sich hallo mio teaser hat heute wieder spendierhosen an wie es sich handelt aber auf jeden fall ich begrüße euch alle ganz herzlich zum heutigen stream servus sand talix schönen guten abend schön dass du dabei bist servus reggae servus unfug abfahrt 18 monate also herzlichen glückwunsch zum 18 mio teaser du darfst jetzt offiziell auto fahren ich gratuliere dir darf es auch jetzt alkohol also spirituosen kaufen aber nicht übertreiben nicht übertreiben auf jeden fall vielen vielen dank liebe geht raus an dich für das was ist denn hier los jetzt schon liebe geht raus nightgamer mit dem follow fixius mit dem follow dann talix mit dem prime abo auch an dich liebe geht raus vielen vielen dank holy shit servus fight club chaos freak servus wenn dass ihr alle dabei seid holy shit das ist ja heute abend hier richtig richtig wo ein nightgamer wie ich gar nicht gewohnt was geht denn da ab cool freut mich schön dass ihr alle dabei seid so was haben wir hier ein moment ich muss zwei zwei drei sachen posten und dann dann geht's ab sammeln wir uns erst mal und warten drauf also dies dies ist 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 hammer train ist auch am start lol zwei sekunden online und hier rappels im karton heftiger als in der zalando werbung was was ist da was ist da los reggae ja war mit dem prime abo liebe geht raus vielen dank ich muss mir das mal als mode machen mag dieses das war damals eigentlich nur so spontan weil man muss ja irgendwas machen aber ich mag es wenn ich manchmal die die wie wenn ich die vod sehe und ich mache dieses herzchen und dann sieht es immer aus als würde ich durchs herz direkt in euer herz gucken so dann auf geht's ich habe dir im dingsbums geschrieben genau abfahrt theoretisch mit shop bounds und items theoretisch müsste man dann code und liegen ja ja nicht nicht schön aber Milch per Post geschickt oder im nächsten Raid überreicht. Kakarot verlost. 50 Euro Battle.net Guthaben. Und außen sammeln. Da könnt ihr euch dann quasi selbst mit gönnen, was ihr wollt. Also ich versuche es auch nicht so lange rauszuzögern. Ich dachte, wir wären ein bisschen... Am besten der Tank irgendwie versuchen, rüber zu grippen. Bisschen fixer. Oh, das wird zu früh. Zu früh. Gleichheit auch nicht. Bis ganz zum Schluss kann, wie sonst. Wie gesagt, wir versuchen jetzt hier relativ schnell durchzupöllern. Aufpassen, Trap direkt neben dem Boss. Mike Watz weg. Dann verlosen wir Pet Mount. Dann machen wir noch eine kleine Runde im Plus und dann verlosen wir das Battle.net Guthaben. sammeln. Und dann muss ich... Oh, ich bin so dumm. Leck! Leck! Wir pushen ihn gleich. Oh, ich hab Vakuum. Nichts ist glätt. Oh, ein Tank ist auch tot. Jetzt aus der Mitte raus. Aus der Mitte raus. Alle aus der Mitte raus. Alle aus der Mitte raus. So, Gruppe 1, dann rein, wenn die Kreise da sind und erst. Genau. Wir werden das da. So, verteilen. Und Gruppe 1, dann kreise loswerden in der Mitte. Barrier. Gruppe 2. Ja, lass die Stecks auslaufen, Leute. Keiner mehr in die Mitte gehen. Keiner mehr in die Mitte gehen. Jetzt wieder. Ja. Jetzt könnt ihr wieder. Ja, noch den Kreis. Das läuft ja wie Bursting. Ja, da sind noch welche mit Kreise. Aua. Ich hab nix noch gewartet. Hey, ihr könnt jetzt. Ihr könnt, ihr könnt. Ja, ihr könnt. Aber muss auch gut. Sehr schön, dass ich auch alles schön draufkrieg. So. Und dann, wenn er jetzt in... Wenn ich gleich anfeuern auf 5, alles was ihr wollt. 5, 4, 3, 2, 1 und Abfahrt. Ah, sehr schön. Ready. Are you ready? Roll it. Und wer gewinnt? Passiert da was? Unfug. Unfug. Gewinnt. Das Pad. Dabei kann die nicht mal reiten. 3, 2, 1. Wir rollen. Alter Hara. Gewinnt. Followings sind's 15.04.2021. Dickes, dickes GZ. Sehr, sehr nice. So. Guck mal auch. Glückwunsch. Ich will auf jeden Fall noch sicher gehen, dass jetzt jeder, äh, jeder seine Sachen hier bekommt. Ähm. Ladofin sagt natürlich auch noch, by the way, danke an alle Supporter, die hier einfach mal rauskloppen, etc. Nice. Nice. Supporter kriegen alle ein Herz. Netas mit dem Twitch Prime. Ja, alter Hara, ich hab dich angeschrieben. Da so. Ketosis. Äh. Das ist das Discord. Du da vielleicht joinen magst. Netas. Herz. Ich weiß nicht, ob ich mich schon mit der Heute so viel los, ich krieg nicht mehr durch. Äh. Danke fürs Sub. Da kommen noch die Bits von Nev Buko mit dem Prime Sub. Holy shit, ey. Hypetrain ist am rollen. Vielen Dank. Äh. Alter Hara, wenn du das, ich will nur sicher gehen, dass es auch den richtigen trifft. Äh. Wenn du derjenige bist, schreib mir jetzt nochmal nach der letzten Nachricht im Chat ein. Hello. Ein Herz. Hallo. 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 Hallo.